Direktmandat OF, Offenbachs Stimme im Bundestag. Unter diesem Titel lädt die Volkshochschule Offenbach am 10. September zur Podiumsdiskussion ein. Wir begrüßen acht Kandidierende, die sich um das Offenbacher Direktmandat des Wahlkreises 185 bewerben. Unser Ziel dabei ist es, euch die Chance zu geben, mehr über die Kandidierenden zu erfahren und mit ihnen über Themen zu diskutieren wie Coronapolitik, den Klimawandel, Wohnen und Generationengerechtigkeit. Wir freuen uns auf eine spannende Podiumsdiskussion mit den folgenden Gästen. Björn Simon von der CDU, Thuna Vierath von der SPD, Christine Thüne von der AfD, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn von Bündnis 90 Die Grünen, Christine Buchholz von der Linken, Ernestos Vavarussis von der FDP, Dennis Lehmann von den Freien Wählern und Gregory Engels von der Piratenpartei. Ich lade Sie herzlich ein, bei unserer Podiumsdiskussion am 10. September um 19 Uhr dabei zu sein, entweder hier im VHS-Haus in der Berliner Straße 77 oder von zu Hause aus über unseren YouTube-Kanal. Seien Sie dabei, denn Sie entscheiden, wer Offenbach im 20. Deutschen Bundestag vertreten wird. Untertitelung des ZDF, 2020